Hallo meine Lieben, herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge Portal Stories Mel. Heute mal ohne Livestream, tatsächlich spiele ich das Ganze jetzt gerade mal wieder im Let's Play. Das Ganze hat einfach den Sinn, dass ich das Spiel endlich mal beenden möchte. Und ich denke, im Let's Play kann ich mich ein bisschen besser darauf konzentrieren, was ich eigentlich zu tun habe. Ja, das hat im Livestream immer nicht so gut funktioniert. Und vor allem wollte ich, wie gesagt, das Spiel einfach mal durchbringen. Genau, einfach mal endlich den ganzen Schmarrn hier beenden. Und genau, ich kann einfach besser mal zusammenschneiden, falls ich wirklich mal wieder längere Zeit nichts herausfinde. Halte ich einfach mal die Klappe und schneide das Ganze dann raus. Bei den Livestream-Aufnahmen weiß ich immer nicht, was ist wichtig. Was wollt ihr davon mitkriegen dann im Endeffekt oder wollt ihr nur die Lösung sehen? Wenn ich mich mit dem Chat unterhalte, hier habe ich jetzt gar keinen Chat, mit dem ich mich unterhalten kann, sondern nur mit mir selber und meinem Mikro unterhalte ich mich. Hallo Mikro und hallo Kamera. So, aber genug davon. Jetzt wollen wir das Rätsel lösen und das Spiel endlich mal zu Ende bringen. Okay, dann schauen wir mal. Also, wir hatten ja hier diese Portale, ne? Wir hatten da einen Würfel jetzt runtergeholt. Den haben wir jetzt hier. Und der Würfel muss natürlich darüber. Und das geht nur, wenn ich da ein Portal schieße. So, dann muss ich aber erst mal auf die Richtung dort, ne? Also darüber. Muss ich den Würfel mitnehmen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir machen es anders. Ich glaube, ich packe den Würfel da hin. So, jetzt gehen wir erst mal hier rüber. Jetzt kann ich folgendes tun. Jetzt kann ich ja hier erst mal den Knopf drücken und da ein Portal schießen. Jetzt kann ich auch da das... Okay, jetzt kann ich da das Portal schießen. Dann geht es los und dann muss ich sofort nochmal hier auf den Knopf drücken. Dann kann der Würfel quasi darüber geleitet werden. Ja, hat funktioniert. Und der Würfel landet da drüben auf dem Knopf. Hoffentlich. Boah, ich muss nur irgendwie weiter ganz schnell dann das Ding abbrechen. Im richtigen Moment? Ich weiß nicht, ob das jetzt halt so gewollt ist, ne? Ob das jetzt überhaupt was gebracht hat. Jetzt ist der eine Würfel schon mal da drüben. Wie ich auf die andere Seite komme, weiß ich allerdings immer noch nicht. Ach, gucke mal. Warte mal. Das wäre schräg. Oder komme ich... Komme ich da rüber? Nein, ach Mist, das geht ja nicht. Sorry, das war mein Facebook. Das war gerade noch offen im Hintergrund. Oh, voll der Fehler im realistischen Gameplay. Voll. Also das lasse ich jetzt hier alles noch so drin im Video, weil jetzt bin ich ja noch am Rätseln. Aber wenn ich gerade dann einen Moment habe, wo ich gar nicht weiterkomme und ewig lange rätsel, da werde ich dann aber einen Cut setzen. Das verspreche ich. Warte mal, das war eigentlich gar keine doofe Idee, ne? Aber der Strahl ist dann weg. Weil ich hatte überlegt... Ne, geht ja nicht. Kann ich hier durchgucken schon mal? Okay. Äh, was? Entschuldigt bitte. Da war ich nicht ganz, äh... Raffiniert. Ne, da habe ich nicht aufgepasst. Bin ich jetzt wieder hier? Ah, mit dem Würfel. Aber wie das jetzt geht, wissen wir schon mal. Das ist schon mal gut. So müsste ich doch eigentlich auch den zweiten Würfel wegkriegen. Nein. Weil dann geht das Ding aus. Ich mache das jetzt aber nochmal. Das war doof. Stimmt, der muss ja hier rein. Weil hier oben ist nichts, oder? Aber nein. Das bringt mir jetzt persönlich nichts, glaube ich. Ich könnte halt da reingehen, ohne durch das Portal zu müssen. Könnte ich vielleicht den Würfel holen? Das hat aber gar keinen Sinn. Ne, egal. Ich mache erstmal hier das nochmal. Nein, nein, das war doof. Wo ist denn der? Nein. Jetzt auch nochmal, bitte. Das ist schön. Schön, wie ich es trotzdem noch vergeige. So, ja, jetzt gehen wir rüber. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Gehen wir rüber. Jetzt machen wir erst den Knopf. Und drücken erst das. Warte mal, warte mal. Wir haben da ja zwei Knöpfe, gell? Aber da ist auch noch ein Knopf. Der dort. Ich kann hier aber nicht durchschießen. Da ist ein Knopf. Da würde ich auch den Würfel jetzt gar nicht so hinkriegen, gell? M-m. Vielleicht habe ich hier noch irgendwas übersehen. Wir müssen da nochmal schauen. Jetzt machen wir erst mal diesen Trick nochmal. Ist das? Ne, hat nicht geklappt. Jetzt und so. Ja, jetzt hat es nochmal geklappt. Und jetzt will ich es versuchen, dass der Würfel landet und gleich den Knopf drückt. Vielleicht passiert dann was? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Was muss ich drücken? Blau drücke ich. Also, brutal. Blau. Schießen, nicht drücken. So, jetzt. Ich glaube, das war zu spät. Es war zu spät. Egal. Das hätte... Ich glaube, da passiert eh nichts. Tür geht ja nicht auf. Noch nicht. Wie komme ich jetzt hier hinüber? Ich komme hier auch nur hinüber, wenn ich ebenfalls den Knopf drücke. Weil ansonsten lande ich im Wasser. Und ich müsste den Würfel mitnehmen. Ich rätsel jetzt noch ein bisschen. Und wenn ich dich jetzt aber lange brauche, weil ich habe gerade noch gar keinen Plan, dann schneide ich das Ganze. Ganz frech. Will eh keiner sehen. Ich weiß es doch. Ihr wollt immer nur 10 Minuten Videos. Damit ist das erste Let's Play jetzt vorbei. Ne. Ich nehme schon länger auf. Also, ich nehme jetzt 10 Minuten auf. Aber das Video dürfte kürzer sein. Okay, ich gucke kurz noch ein bisschen. Also, wir brauchen den Strahl dort durch, dann kann ich da ebenfalls drüber schweben und ich würde am liebsten den Würfel da unten mitnehmen. Die Frage ist nur, wie machen wir das, ich da den Würfel mitnehmen kann? Ich gucke mal, ob ich hier irgendwo durchschießen kann. Jetzt habe ich zwar bei den anderen Tests Kammern auch immer geguckt und es hat nicht funktioniert, aber warum nicht? Vielleicht, vielleicht hier, hier? Ne, ich gehe nochmal da rüber, vielleicht habe ich da irgendwas übersehen. Oder hier oben? Ne, das sind nur solche Warenfläche. Ah, schade, ich dachte, das wäre jetzt hier wirklich... Boah, das ist doch aber eine weiße Wand, aber die hat keinen... Die bringt leider nichts. Okay. Na gut, dann sehen wir uns wieder, wenn ich weiß, wie es weitergeht. Bis dahin. Tschö. Kann ich jetzt wenigstens die Klappe halten? Yay. Stimme schonen und so. Okay. Okay, bis gleich. So, da bin ich wieder. Nach ungefähr 10, 12 Minuten vielleicht auch 15 bin ich mir jetzt gerade echt nicht sicher ist mir jetzt doch die Lösung eingefallen. Das war gar nicht so lange. Das war auch gar nicht so schwer. Ich bin auch noch zweimal gestorben. Musste auch nochmal zweimal den Würfel dahinter wieder bringen. Und ich habe gerade eine Idee entwickelt, die funktionieren könnte. Theoretisch. Dazu muss ich nur nochmal hier hin. Nee, muss ich gar nicht. Muss ich gar nicht. Das ist nämlich gar nicht so kompliziert, wie man meinen mag. Aber ich hatte ja schon das Gitter hier entdeckt und hatte mich gefragt, was hat das denn für eine Bedeutung? Ohne, es ist ganz einfach. Ich schieße jetzt da hoch. Und dann stehe ich hier und kann hier einfach in den Strahl hüpfen und mich rüber transportieren lassen. Allerdings ohne den Würfel. Ich frage mich, ob wir den noch brauchen. Ich gucke mal. Erstmal geh mal rüber. Tschüss, Würfel. Ich hoffe, ich muss nicht nochmal herkommen. Gar nicht so kompliziert. Ich hatte erst gedacht, das hat was hier mit dieser Platze zu tun, dass ich da irgendwie den Strahl und dann in diesen Strahl kommen muss und was weiß ich. Aber das war falsch. Jetzt sind wir hier. Und ich brauche einen Würfel. Ah, ich kann aber mir jetzt einen Würfel besorgen hiermit. Ich kann ihn einfach rüberziehen, wenn hier eine weiße Fläche wäre. Es wäre schön, wenn ich das schaffen würde. So. Na gut, dann versuchen wir es nochmal. Ich kann erst mal so machen. Ich kann erst mal den Würfel jetzt hier benutzen. Und die Frage ist trotzdem... Ich brauche jetzt dann theoretisch diesen Strahl nicht mehr. Weil der ist jetzt erstmal hier dauernd aktiv. Ach, wie cool. Was passiert denn da bei dem? Das hatte ich ja auch noch nicht. Wie krass. Werde ich trotzdem angesogen, ja? Also wir haben jetzt gerade einen blauen und einen orangenen Strahl in einem. Das wird lila, aber hat keinen Effekt. Das hatte keinen Effekt. Äh, da, 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 da. Lasst mich kurz nachdenken. War das jetzt richtig, hier das Tor zu entfernen? Ich weiß es gerade nicht. Ich komme da rüber. Wir kommen da rüber. Das ist kein Problem. Okay. Okay. Warte mal, ich kann ja quasi so den hier machen. Ich könnte jetzt hier rüber laufen. Jetzt haben wir hier schon mal ein Portal. Wäre sogar... Das ist noch besser. Nee. Noch besser ist es nicht. Ich brauche trotzdem irgendwie diesen Würfel da hinten. Ich kann also schon mal hier hin spazieren und kann jetzt darüber und kann nochmal da ein Portal schießen. Dann komme ich aber nicht wieder hierher zurück. Wenn ich das Portal wegnehme. Oder wenn ich dann durch eine Wand gehe. Das ist nicht so schlimm. Ich weiß ja jetzt, wie wir hier rüberkommen. Trotzdem überlege ich mal noch kurz. Da ist jetzt halt, wie gesagt, der Knopf. Und da ist der Würfel. Wie kann ich denn diesen Würfel hier bitte hier ranziehen? Indem ich... Warte mal. Indem ich den Würfel erstmal hier rüber hole. Aber ich muss den Würfel erstmal hinter dieser Wand wegkriegen. Das ist das Schwierigste. Weil schnell durchrennen und den Würfel schnappen und dann weg hier. Das geht... Wo habe ich den Würfel her? Ach, ich bin doof. Natürlich, das geht ja einfach. Kann ich ja einfach zerstören. Habe dann hier quasi den neuen. Hier, jetzt habe ich das Portal da hinten nicht mehr. Jetzt brauche ich den Würfel doch wieder hier drin. Ach, verflixt. Ja, jetzt brauchen wir den Würfel wieder hier drin, damit ich wieder rüberkomme. Sobald ich drüben bin, muss ich da ein Portal schießen. Hier durchhüpfen mit dem Portal. Da unten klicken. Hier drüben ein Portal schießen. Und dann... Kann ich den Würfel dann da hoch durchschmeißen durch ein Portal? Das übe ich gleich mal. Ob ich das überhaupt kann? Ach. Erstmal muss ich den Würfel da... Na, welche Höhe haben denn die Dinger? Eins, zwei, drei. Eins, zwei... Ja, so. Ich müsste eigentlich gehen, oder? Von der Höhe wäre so hier da. Das würde gehen. Ich probiere es mal. Ah, jetzt muss ich bloß nochmal den ganzen Mist von Anfang an machen. Warte, das geht schnell. Äh, bla... Blub... Zack. Das und hier. Äh, ja, klar. Hopp. Hat geklappt. Jetzt geh mal hier hin. Legen den nochmal hier drauf. Jetzt ist das nochmal an. Das ist schon mal gut. Jetzt geh ich nochmal da rüber. Wusch. Wusch. Das würde ich vielleicht sogar gleich lassen, das Portal, oder? Das ist doch Angst, ne? Ich brauche ja nur das Blaue. Warte mal. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich mir das denke. Oder nicht? Äh, doch, es geht. Ne, oder? Ne, ich weiß noch nicht. Ich komme ja nicht hinterher. Ja, ich kann zwar den Würfel hier rüber bringen, aber ich komme ja nicht hinterher. Verstehst du? So, wie ich mir das gerade überlegt habe. Ich bin jetzt hier. Jetzt haben wir ja quasi diese beiden weißen Flächen. So, jetzt hätte ich den Würfel geschnappt und hier durchgegeben. Aber was wird aus mir? Ja. Das ist die Frage. Was wird aus mir? Ich bin dann hier und die Tür ist dann zwar immer noch nicht auf. Ne, das kann nicht die Lösung sein. Ich muss den Würfel transportieren. Wie machen wir das? Warte mal. Wenn ich das hier mache, dann zieht er das da an. Aber ich muss vorher drüben sein. Wie komme ich denn jetzt darüber? Dann kann ich da ja wieder reinspringen. Aber nicht ohne Würfel. Ne, hä? Ich stehe noch mal mit. Ne, den brauche ich ja auch. Ich komme ja jetzt hier nicht runter, ne? Das ist ja das Problem. Das geht ja wieder nicht. Fatal. Und wenn ich das wegnehme, ist der Strahl erstmal ganz aus. Und ich habe das selbe Problem. Hm, okay. Ich würde hier noch mal, wie gesagt, Schnitt. Und wir sehen uns dann, wenn es weitergeht. Wenn ich die Lösung habe. Ist bestimmt nicht so schwer. Vielleicht dauert es nur 5 Minuten. Aber ich kenne mich. Ihr kennt mich leider auch. Also, bis gleich. Da bin ich wieder. Und sagen wir ungefähr nach, sagen wir gut geschätzten, gut gemeinten, doch 40 Minuten. Ich war zwischendurch mal auf Toilette. Es hat, ähm, ich bin ein paar Mal gestorben. Ich habe mal ein bisschen auf mein Handy geguckt zwischendurch. Das ist immer ganz entspannt, weißt du. Weil wenn ich das nicht live-steame, da kann ich mir dann auch eigentlich Zeit nehmen. Bin aber ewig nicht weit drauf gekommen und so weiter. Bin nochmal gestorben. Bin jetzt wieder hier. Und ich habe mir gerade überlegt, als ich hier so in diesem Strahl vor mich hindümpelte, quasi. Äh, was wäre denn, wenn ich jetzt hier einfach hinschieße und mich ansaugen lasse. Wieder zurück. Das müsste doch machbar sein. Und bringt mir das auch was. Bringt mir das was. Ähm, der Strahl. Ja, doch, es bringt was. Es bringt Folgendes. Ich habe dann hier ein Portal. Und ich kann mich dann hier wieder hinziehen lassen. Das mache ich jetzt einfach mal. Alter, ich habe hier stundenlang, also stundenlang, nicht 40 Minuten, nichts getan. Es ist furchtbar in diesem Spiel. Und, ähm, ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn ich da rüber schieße. Und dann kann ich mich hier ansaugen lassen. Wenn ich den Würfel hier hinkriegen würde, weißt du, weil das so schräg ist, könnte ich mich mal durchsaugen lassen. Was weiß ich. Pipapo. Äh, dann habe ich versucht, hier den blauen Strahl. Weil man kann von hier aus dahin schießen, wo der blaue Strahl nämlich anfängt. Ja, also wo der rein schießt in die Decke. Habe ich gedacht, ich könnte, wenn ich hier im Portal schieße und dort drüben, könnte ich da durchhüpfen. Aber nein, der Strahl hat mich halt immer wieder weggeschoben. Ich habe das 10 Minuten versucht, irgendwie in das Portal zu kommen. Irgendwie da dran vorbei an dem Strahl. Aber nein, es hat einfach nicht funktioniert. Na gut, wir machen das jetzt einfach. Äh, das ist blau, das bleibt da und hier wird es orange. Ja. 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 Es ist, es ist die Lösung. Es ist, es ist wirklich die Lösung. Äh, naja, wenigstens bin ich noch drauf gekommen. Äh. Also sowas, ich bin enttäuscht. So, und jetzt kann ich nämlich folgendes tun. Jetzt kann ich hier raushüpfen. Hole mir einen neuen Würfel. Hole mir einen neuen Würfel. Nehme die noch nicht, sondern mach erst diesen. Und kann mich jetzt hier rüberziehen lassen. Es ist so einfach. Man kommt nur nicht auf die Idee, einfach in diesem Strahl zu bleiben. Ich hatte auch die ganze Zeit erst überhaupt nicht verstanden, wo der Sinn in dem Orangenstrahl ist. Weil ich dachte, warum kann ich nicht einfach hier durch und dann halt eben hier durch, weißt du? Hm. Portal. Portal. Ich dachte, es wäre einfacher, wenn ich es nicht im Livestream spiele. Es ist genauso schwer. Also, die Rekorde an diesen Computern sind ein bisschen schwer aus dem Zeitpunkt. Ich denke, ich kann eine neue Version dieser Test-and-Track-Sequenz zurückkompilen. Dann machen wir, mein guter. Ist mir mittlerweile nicht so egal. Ah, und noch eine Test-Kammer. Wie schön. Gucken wir mal. Ich überlege gerade. Weißt du was? Ich mache heute eine kurze Let's Play-Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Und ich mache hier einfach einen Schnitt rein. Wir sind hier und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hey, das sind dann insgesamt nur 10 Minuten. Äh, nee, kann. Nee, warte. 15 Minuten? 20 Minuten? So ungefähr müssen es sein. Müsste ungefähr 20 Minuten sein. Ja, was für eine kurze Let's Play-Folge. Hey, freut euch. Ich mich auch. Ja, bis zum nächsten. Tschüssi. Tschüssi. Tiet sì.